Musik Yo Leute, ich melde mich zur später Stunde nochmal hier an diesem wunderschönen Dienstag. Es gibt einiges zu berichten, was Supercard angeht. Im Hintergrund zocke ich die Team Road to Glory, äh Ring Domination. Ich komme schon mit dem Modi durcheinander, neuer Modus, dazu mehr Infos gleich. Auf jeden Fall geht es hier um Brock Lesnar WrestleMania, den ich hier mit meinem Team noch spielen will. Money in the Bank, der neue Modus von WWE Supercard steht kurz bevor, wie vor einigen Momenten berichtet wurde. Zumindest zum Aufnahmezeitpunkt einige Momente her das Ganze. Während ich hier mal versuche mit einem geboosteten Finn Balor auf Ryback Jagd zu machen. Hoffen wir mal, dass die zwei unteren Werte zur Geltung kommen. Das wird eh nichts, weil, ah doch, es wird was. Ich dachte, in den Aufnahmen wird das nichts, aber gut. Money in the Bank, der nächste WWE Pay-Per-View steht kurz bevor. Und auch in Supercard wird es ein Money in the Bank Event geben. Das Thema ist hier einfach, man hat 15 Karten in einem Deck. Das ist ein ganz neuer Spielmodus, ähnlich wie Road to Glory zum Beispiel und so weiter. So sieht das Ganze ungefähr aus. Und man kann hier eben eine Leiter erklimmen. So wird das Ganze zumindest genannt. Und da dann gewisse Karten besiegen. Man bekommt da dann eben als Folge, shit, das verliere ich das Spiel, ne? Dumm gelaufen. Ja, ich habe auch scheiße angefangen. Aber man gewinnt dann immer mehr Contracts, wie diese Dinge heißen. Also Verträge, Money in the Bank Contracts und so weiter. Man kennt das Ganze. Und man kann diese Contracts dann quasi im Laufe des Spiels einsetzen. Oder man tauscht sie ein gegen andere Karten, die man im Money in the Bank Store erwerben kann. Man kann also durch Contracts Karten kaufen, die das extra Money in the Banks Theme haben. Also die haben dann als Deckstufe, glaube ich, Money in the Bank. Oder eben als Hintergrund irgendwie Money in the Bank. Team-Teil freigeschaltet. Weit ist es nicht mehr, bis zum werten Herrn Brock Lesnar. Genau. Dann gehen wir hier mal weiter. Es gibt noch einiges zu berichten. Also das ist hier einfach... Ich werde euch jetzt nicht genau erklären, wie dieser Modus funktioniert. Money in the Bank. Das wird auf jeden Fall morgen rauskommen, das Update mit diesem neuen Spielmodus. Zur Info nochmal kurz. Also dieser Spielmodus ist einfach darauf abgezielt, dass man eine Leiter erklimmt in einem Event. Das Event kann man mehrmals täglich spielen. Und man kann da... Ich glaube, das funktioniert auch mit Bouts. Ist ja auch egal. Euch das jetzt groß zu erklären bringt sowieso nichts. Morgen könnt ihr es ausprobieren. Darum geht es. Denn es gibt noch viele weitere Neuerungen mit diesem Update. Es ist also nochmal, um ein Fazit zu diesem Money in the Bank Modus zu geben, ein neuer Spielmodus. Der eben mit so einem Leitersystem aufgebaut wird. Je höher du auf der Leiter kommst, desto schwerer wird es. Mehr dazu könnt ihr euch dann ja im Spiel selbst angucken. Genau. Setzen wir hier mal den Wertenherrn Shawn Michaels... Ja gut. Gegen den Wertenherrn Owens gewinne ich sicher nicht. Von daher machen wir das mal so. Also, es geht im Endeffekt hier weiter mit den Neuerungen. Denn es gibt zudem einen neuen News-Ticker bei WWE Supercard. Der es einem ermöglicht, quasi neue Neuigkeiten und so weiter zu bekommen zum Spiel und so weiter. Auch während der Events und so weiter gibt es da immer wieder irgendwelche News im News-Ticker. Dann, was mich sehr freut, gibt es im neuen Update einen Select All Button for Training. Wie es hier geschrieben wurde bei Supercard auf der Twitter-Seite. Im Endeffekt heißt das einfach nur... Ja, man hat hier einen Knopf, beziehungsweise einen Button, bei dem man eben alle Karten auswählen kann beim Training. Das heißt, wenn man alle Ungewöhnlichen weghaben will, drückt man einfach alle auswählen und kann die dann alle auf einmal weghauen. Und das ist, denke ich, was wir uns sehr, sehr lange wünscht haben. Pickverdoppler jetzt noch auf die letzten Meter und Brock Lesnar ist freigeschaltet. The Beast Incarnate. Da ist er. Sehr, sehr schön. Gehen wir nochmal hier kurz auf die Infos ein. Es gibt einen neuen Modus, beziehungsweise eine neue Art, wie man Bouts bei den Events freischaltet. Also zum Beispiel Ring Domination oder Road to Glory. Da bekommt man eine ganz neue Möglichkeit, Bouts, also diese Spiele, die man pro Stunde hat, aufzufüllen. Gibt es aber noch keine weiteren Informationen, was es damit genau auf sich hat. Was mich halt sehr freut, ist ein neuer Spielmodus, der mir vielleicht endlich mal wieder zusagt. Road to Glory ist aber der einzige Modus, den ich noch krass spiele, beziehungsweise wegen meinem Team eben teilweise auch Ring Domination. Genau, also was mich vor allem freut, ist auch noch der Select All Button, also dieser Alle Auswählen Button fürs Training. Aber gut, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesen Neuerungen in die Comments. Also was haltet ihr von diesen Berichten, was erwartet ihr? Denkt ihr dieser Leitermodus mit Money in the Bank wird cool oder denkt ihr eher, ne, das brauchen wir ganz, ganz sicher nicht. Ich bin ja gespannt aufs Update, werde dann vielleicht die Woche noch ein Video raushauen, in dem ich erwähne, was ich davon halte. Guckt euch die Raw Review an, die kam heute auch und morgen kommt da noch ein Video. So würde ich WWE Money in the Bank 2016 booken. Von daher, die Woche ist voller Money in the Bank, auch hier in Supercard natürlich. Und ja, der Pay-Per-View steht bevor. Es ist trotzdem irgendwie schon ein großer Pay-Per-View, würde ich sagen. Auch ein Video hochgeladen am Montag, in dem ich gesagt habe, es ist der drittwichtigste Pay-Per-View. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, falls euch dieses Thema interessiert. Das war's von mir. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt, wie gesagt, eure Meinung zum Update unten in die Kommentare. Ich verabschiede mich, sage bis zum nächsten Mal, Leute. Brock Lesnar ist auch am Start, der euch hier verabschiedend anschaut. Bis zum nächsten Mal.